V.I. Arkos beim Bayern-Sieg. Galatasaray legt nun Beschwerde ein. Ist der deutsche Rekordmeister an Neapelstar Quadraschelia dran und ein portugiesischer Journalist, der enthüllt, dass Palinia schon gut wie sicher im Winter beim deutschen Rekordmeister spielt. Wir schauen uns diese News an und natürlich die anderen stellen, dass ihr wieder da seid auf YouTube auf FCB Inside. Ich bin euer Amit, wir legen direkt los. Galatasaray, Istanbul, die sind sauer, denn die haben jetzt nämlich bei der UEFA-Disziplinarkommission Beschwerde über den Schiedsrichter der Niederlage des türkischen Klubs beim 1-2 gegen den FC Bayern. Eingelegt, der portugiesische Referee Antoni Nobre, der soll demnach im Spiel in der Münchner Allianz Arena das VAR-Protokoll verletzt haben. Laut der türkischen Tageszeitung Sabah sei Galatasaray der Auffassung, das beim 1-0 durch Harry Kane gegen das VAR-Protokoll verstoßen wurde. In dem Bericht heißt es, dass Galatasaray der UEFA-Disziplinarkommission ein fünfseitiges Schreiben nun vorgelegt habe. Nobre hatte bei Bayern gegen Galatasaray das erste Champions-League-Spiel seiner Karriere geleitet. Als Harry Kane in der 80. Minute den Ball zum 1-0-Führungstreffer ins Netz köpfte, hob zunächst der Schiedsrichterassistent die Fahne wegen Abseits. In der Zwischenzeit brach offenbar das VAR-System zusammen und die Szene konnte nicht am Monitor am Spielfeldrand angezeigt werden. Nobre hätte sich laut des Protokolls wohl an die Entscheidung des Linienrichters halten müssen, da die Linie nicht auf dem Bildschirm angezeigt werden konnte. Doch er gab das Tor, nachdem er zweimal per Funk mit seinem Videoassistenten Thiago Martins und Juan Martínez im VR-Raum gesprochen hatte. Nach dem vierten Sieg im vierten Spiel der Königsklasse führt der FC Bayern souverän nun die Champions-League-Gruppe A mit zwölf Punkten an und qualifiziert sich damit sofortzeitig für das Achtelfinale. Galets Reih hingegen liegt mit vier Punkten auf Platz 3, punktgleich mit dem zweitplatzierten FC Copenhagen. Willi Sagnol, der spielte von 2000 bis 2009 beim FC Bayern. Jetzt ist er franzose Trainer der georgischen Nationalmannschaft und sein Starspieler dort natürlich, Quica Quadraschelia. Ja, von den Fans, der ist die Neapel auch liebevoll Quaradonna genannt. Eine größere Ehre, als bei Napoli nach der Vereins-Ikone Diogo Maradonna benannt zu werden, gibt es einfach nicht, Leute. Und Sagnol, laut ihm, soll sich jetzt der deutsche Rekordmeister mit dem offensiven Linksaußen auseinandersetzen. Die italienische Zeitung Martino Di Napoli zitiert Sagnol und sagt dort, Quica Quadraschelia spielte bei Neapel bereits für einen Topf ein, aber es gibt Fußballgiganten wie Real Madrid, der FC Bayern oder der FC Barcelona, die an ihm interessiert sind. Quadraschelia wechselte im Sommer 2022 für gerade einmal 13,3 Millionen Euro vom georgischen Erstligisten Dinabo Batumi nach Neapel. Und sofort hatte er einen entscheidenden Anteil an der lang ersehnten Meisterschaft des Klubs und dem Einzug ins Champions League-Viertelfinale in der vergangenen Saison. Der 22-Jährige kam auf 31 Scorer-Punkten in 43 Spielen. Sein Vertrag in Neapel läuft noch bis 2027, ein Transfer wäre also sicherlich nicht billig. Klubboss Aurelio de Laurenti ist ein harter Verhandlungspartner und gibt nicht gerne günstig Leistungsträger ab. Das bewies er zuletzt beim umworbenen Top-Stürmer Victor Orsiment, der letztlich trotz Interesse vieler Top-Klubs am Ende nicht wechseln durfte. Sagnol sagt mit Blick auf Quadraschelia trotzdem, es ist ein Traum aller Spieler für diese Mannschaften zu spielen. Alle Fußballer hoffen, solch ein wichtiges Trikot zu tragen und große Titel gewinnen zu können. João Paulina, der konnte sich für genau einen Tag im Sommer wie ein Bayern-Spieler fühlen. Der Portugiese war bereits nach München geflogen und wurde dort auch im berühmten Roten Audi an der Säbener Straße chauffiert und machte auch Fotos im Bayern-Trikot. Und auch der Medizincheck absolvierte die defensive Mittelfeldspieler und dann der Schock für Paulina und alle natürlich. Er musste zurück nach London zum FC Fulham und der Grund ist auch mittlerweile bekannt. Fulham bekam einfach keinen geeigneten Nachfolger für den Mittelfeldspieler. In der Transferperiode jetzt im Winter könnte der FC Bayern München aber nochmal einen Anlauf bei Paulina wagen. Der ideal eigentlich ja ins Anforderungsprofil von Thomas Tuchel passen könnte. Der Bayern-Trainer, das wissen wir alle, der wünscht sich eben einen echten Abräumer, ein Holding-Six auf der Sechs. Der portugiese Journalist Pedro Almeida meldet heute, dass João Paulina im Winter zum FC Bayern wechseln wird. Er sagt, João Paulina wird im Januar ein Spieler von Bayern München sein, schrieb er dort auf X. Der Meldung aus Portugal wurde aus Deutschland aber schnell widersprochen. Bild-Fußballchef Christian Falk schrieb, die Info stimmt nicht. Paulina wolle zwar immer noch zu den FC Bayern, ein Angebot oder gar eine Einigung hätte es jedoch nicht gegeben. Auch Bild-Chef-Reporter Tobias Altcheffel meldet sich mit dem gleichen Kenntnisstand wie sein Kollege Falk zum Thema. Er ergänzte, ein möglicher Wechsel zum FC Bayern sei abhängig von der Ablösesumme. Im Sommer wären die Bayern wohl bereit gewesen, rund 65 Millionen Euro für Paulina auf den Tisch zu legen. Nun aber gibt es Befürchtungen, dass Fulham im Winter noch mehr verlangen könnte, weil Paulina nach dem geplatzten Bayern-Wechsel seinen Vertrag bei Fulham bis 2027 verlängert hatte. Ob das dann wohl stimmt mit Paulina und der FC Bayern München? Da wären wir sicherlich demnächst schlau. Aber was mich interessieren würde, was haltet ihr von der Aktion von Galatasaray Istanbul und Kwaraschelia? Ganz interessanter Name. Passt er zum FC Bayern München? Ja und nein. Gerne eure Meinung in den Kommentaren. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Ich war ja Ahmet. Ciao, ciao.